Ja, kurzer Zwischenstand nach Runde 6. Du hast sechs Sachen kaputt gemacht. Ja. Und hältst noch kein Missionsziel. Ich habe zwei Missionsziele und habe eine Sache kaputt gemacht. Ja, also noch ist es ein Unentschieden. Aber mir geht voll die Manpower ab. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ja, mit dem ersten Würfel. Die Russen. Die Russen. Na denn. Ja, sieht so aus, als müsste Leutnant Ivan das Ganze hier so ein bisschen rumreißen, gerade rücken, wie auch immer. Und dazu wird er den Jungs einfach befehlen. Die sollen die Jungs angreifen. Wenn ich den Test schaffe, gegen die 8, kämpfe ich vor dir. Ich habe drei Pinmarker. Ich greife dich im Offenen an. Du hast keinen Abwehrfeuer, bist ja in Point Blank. Ich bin zu dicht dran. Und ich kämpfe vor dir und ich kämpfe vor dir und der Rest kann halt zurückschlagen. Und er wird selber noch da drauf schießen. Mal gucken, ob das klappt mit der 8. Das klappt. Geht der Pinmarker weg und dann greifen dich diese sechs Leute an. Aber eigentlich hätte ich angreifen sollen, nachdem ich geschossen habe, ne? Ja, grundsätzlich ja. Aber da ist es mir jetzt auch gar nicht mehr eingefallen. Das hat mich ja im Endeffekt auch der Nachkampf interessiert. Ja, der interessiert mich auch, aber ich schieße natürlich vorher. Einen nehme ich ja weg, richtig? Habe ich schon in der Hand. Ach, hast du schon. Den habe ich schon in der Hand. Schieße also vorher. Ja. Sechs Würfel auf die zwei. Dann könnte ich ja eigentlich sogar down gehen, ne? Der Nachkampf ändert ja dran nichts. Der Nachkampf ändert ja auch nichts. Nö, aber dann kann ich wenigstens ein paar Rollen. Give it down. Dann sind das sechs auf die vier. Immerhin. Ja. Das sind zwei. Dann wirst du wieder weggeräumt. Warum? Ja, weil ich auch welche zwischendurch da drüben haben will, als Nachschub. Ach. Nix. Na gut, da hängt es doch in der Spannung. Na, ich habe hier einen, glaube ich, hingelegt, der da nicht hingehört. Und dann greife ich dich jetzt an. Null. Was bist du, Veteran? Null. Dann sterben vier. Ja, sind noch sechs da. Zwei, vier, sechs. Ah, ich hatte drei Sechsen, ne? Warte. Ja. Nix zum Aussuchen. Du bist vier. Ich bin vier. Du tötest fünf. Fünf sind weg. Spielt ja keine Rolle, dann weiter. Ja, stimmt. Ich habe den Nachkampf ja verloren. Ja, stimmt ja. Wäre ja mal mit Mauer oder so, glaube ich, würde es weitergehen, ne? Nein. Wenn ich Fanatics wäre, würde es weitergehen oder unentschieden. Aber du bist down, hast einen Pinmarker und hast vier Mann verloren. Ja, ja. Das heißt, in Runde sieben gehen die nirgends rum. Ich verzichte aufs Mg und zwei weitere. Ich behalte meine. Das solltest du auch. Gut. Dann darfst du den nächsten Löffel ziehen, Marian. Ja, okay. Die sind da. Das ist also erledigt. Dann kann ich woanders weitermachen. Dann nehme ich den Flammenwerfer. Ja. Was hat mir jetzt? Treffen. Bewegt. Fiel vorhin weg, weil, also, hattest du vorhin und jetzt hast du nicht mal mehr das. Warum habe ich nicht mal mehr Treffen? Nein. Das hat mir vorhin. Ja. Und bewegt. Du hast jetzt, du trittst ganz normal auf die drei. Ja, aber wenn ich jetzt, weil ich innerhalb von sechs bin, richtig? Ich bin... Ne, du warst, glaube ich, nicht innerhalb von sechs. Doch, ich war innerhalb von sechs, sonst hätte ich den Flammenwerfer ja nicht benutzen können. Doch, stimmt ja. Ja, dann hast du sogar Pond Blank. Genau, das ist jetzt die zwei dann, ne? Ja, genau. Gut, ähm, auf den Veteranentrupp. Treffe ich? Mhm. Vier Stück. Mhm. Horst. Verliert drei Mann. Und... Ich habe nichts zum Aussuchen. Aber er ist jetzt auch Smarty wieder. Jetzt holen wir den Test. Jo, easy. Gut. Und? Mit der sechs. Pin. Horst ist noch da. Horst ist noch da. Horst Müller. Fällst du das Flammenwerk anstatt? Ja, das zweite Mal schon. Und beide Male eigentlich ohne den Hauptmann. Ja? Weiter geht's mit mir? Ja, guten. Ich meine, ich habe sieben Würfel von dir raus. Und trotzdem bist du oft... Ich glaube, ich habe einmal eine Runde angefangen. Kann es sein? Eine Runde, bin ich glaube ich angefangen. Ja, eine oder zwei. Die zweite würde ja noch nicht mal meine Hand jetzt vorher legen. Ja, das weiß ich. Was mache ich denn jetzt? Dann muss ich einen Mörser nehmen. Ja. Achso, ich dachte, du schießt. Jetzt soll er feiern. Ja, ja. Ne. Ja, ich muss hier ein bisschen was machen. Das Gefährlichste hast du ja schon. Ich nehme natürlich noch ein paar raus. Hm. Vier. Gucken wir mal. Innerhalb von zwölf. Genau. Für ihn selber Feuer. Achso, warte mal. Ne, das reicht mir ja gar nicht. Er muss einen Advanced machen. Er muss ja wieder Platz machen für den Panzer. Genau. Platz machen für den Panzer. Dafür kann aber hier geschossen werden. Mhm. Dann muss der Tiger schießen und dann muss das Panzerschreckteam Advanced machen, um dann dorthin schießen zu können, wenn der Tiger nicht geplättet hat. Weißt du was? Ich mache den auch mal kurz. Der kann ja, das passt schon. Dann machen wir den Tiger. Mhm. Feuer. Panzerschreckteam. Feuer. Das sind ja die, die treffen müssen. Ja. Die anderen können sich ruhig ein bisschen bewegen, das ist nicht so schlimm. Genau. Eins, zwei, drei, vier. Und dann habe ich noch, ich habe ja zwölf. Genau. Das müsste für die Halbkette ja auch noch sein. Locker. Und für die Halbkette auch. Ja. Dann nehme ich die Feuer. Genau. Dann darfst du jede Menge Tests machen, glaube ich. Ja, ich hole mal was zum Dürfen. Mach mal den Hauptmann zuerst, sonst funktioniert nichts davon. Ja, ja, den Hauptmann zuerst. Passt. Das hat noch kein Fubar, ne? Nein, ist doch gut so. Also meistens ist das auf meiner Seite. So, das heißt, der bewegt sich... Mit dem Erwärts kommt er ja gar nicht so weit. Fällt mir gerade ein. Das ist da, kann er da hinschieben. Ungefähr. Ja, kommt wohl hin. Gut, das sind vier Schuss. Lange Reichweite. Juh. Zwei. Einer. Egal. Dann haben wir den. Ja, der muss ja mindestens sich bis da bewegen. Dann kann der schießen. Ja. Dann die. Elf. Nein? Da. Die gehen da. Toll. Dann haben wir ihn. Mhm. Deswegen geht da rein. Die Kanone wir hinten hin. Mhm. Vier. Fünf. Sechs. Äh. Ja. Drei. Ja. Ja. Vier. Mhm. Und. Ja. Der Anführer raus. Den habe ich erwischt. Tschüss. Dann noch das Rohr auf den T34. Auf die vier. Hast du deinen Test überhaupt gepackt für den Tüger? Wir machen den Test. Du hast vollkommen recht. Habe ich? Gut, aber du hast trotzdem noch einen Pin machen. Da hätte das auf die zwei nicht geklappt. Ja. Er auf die drei nicht geklappt. Also wir machen das nochmal. Das ist doch das Fährste. Das denke ich auch. Zwei. Fünf. Sechs. Also. Auf die vier. Auf die vier. Richtig. Das sind schon weniger. Genau. Zwei. Der Pinmarker bleibt. Zwei. Jo. Und wenn ich jetzt wieder eine sechs habe, dann wäre es zumindest okay. Ist nicht raus. Gott. Haben wir. Und dann ist da drüben die fünf. Genau. Nö. Da haben wir nur angeklopft. Die können jetzt trotzdem noch schießen. Aber dann wahrscheinlich nur auf den da. Ja. Gut. Was soll's? Trifft. Ja. Weg. Jo. Noch ein Pin. Jo. Da standen wir da drüben. Ach so. Und dann haben wir noch da noch einen Test. Für die Halbkette. Passt. Jo. Und worauf schießt die? Die schießt auf das... Das älter LKW ist mir egal. Auf den Druck da vorne. Auf den. Jo. Gut. Das sind dann... Das sind dann... Äh, drei. Äh, drei. Ich mach auch viele zwei. Hier gehen. Zwei. Das war das. Gut. Die Deutsche. Mhm. Dann... Die Halbkette. Da kannst du sie jetzt ja wegschießen mit dem Maschinengewehr. Ja, weißt du, was kann ich ja nicht machen. Komm, ich schieß jetzt was mit dem MG. Small Team. Drei. Sechs. Das war's auch schon. Ja. Vier Rennen. Das ist nicht so viel. Nein, es sind zwei. Nur einen brauch ich ja natürlich. Beide. Das ist ja. Du kannst jetzt den Würfel doch wieder rausnehmen. Dann kannst du den Würfel wieder raus. Aber ich hab eine Handvoll Pinmarker. Ja. Dann ist die Seite hier durch. Russen. Oder Flammenwerfer. Ja, aber der hat ja schon seine Sachen gemacht. Ja, aber der ist halt immer noch da. Ja. Das stimmt wohl. Der sollte ja da hinschießen. Aber dann schafft... Der Veteranentrupp mit Dings der Bumst, aber elf ist... Ja, aber er hat zwei Flammenwerferattacken überstanden. Aber die dritte übersteht bezweifelig. Halt, 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 halt. Ich hab noch. Sprit. Das soll man ja auch immer nicht vergessen. Ja, das stimmt. Den Trupp. Ab nach vorne. Mit einem Advance. Major ist noch in der Nähe. Klappt. Ein Pinmarker weg. Dann kriegst du den Mörser wieder. Also den Einrichtungswürfel dafür. Und dann bewege ich mich und dann gucke ich mal, wo ich hinschießen werde. So, die sind raus aus diesem matschigen Getöns. Ordentlich Dreck an den Stiefeln. Immer noch ein Pinmarker. Und da ist ein ganz, ganz böse Hauptmann. Und weil ich, egal für was ich da drauf schießen will, Doppelsechsen brauche, einfach auf ihn rauf mit neun Schuss. Das sind vier Mann und das Maschinengewehr. Ich hab immerhin eine Sechs. Ich hab noch eine Sechs. Und ich hab eine Vier. Das reicht nur für den Pin, weil er Veteran ist. Genau. Ich hab's mir gemerkt, Marian. Ja. Get that. Mhm. Kommt, wo wir auf der Ecke sind, machen wir den Mörser. Ja, wo soll er hin? Du feuert einfach wieder auf den gleichen Druck. Okay. Du brauchst wieder eine Sechs. Durchwollt. Durchwollt. Ja. Fünf. Dann bin ich hier in der Ecke fast durch. Ich nehm noch den Sechs-Mann-Tropf hier. Mhm. Der kommt jetzt hier aus dem Haus gelaufen. Ja. Und steht hinter der Halbkette. Hinter der Halbkette. So brauch ich Verstärkung. Ja. Das seh ich auch so. Run. Das ist schön, wenn man dann noch so einen Druck über hat, sag ich mal. Ja. Egal wie kleiner er ist. So ist er auch mit MP ausgestattet. Regulär natürlich. Aber solange der Sunny noch da ist und der Major, äh, der Hauptmann, passt das schon hier auf der Ecke. Ja. Das kann ich immer noch machen. Dann... Würde ich mal sagen, schieße ich mit dem... Ah, ich kann natürlich auch... Ich gebe mir mal zwei weitere. Bitte. Danke. Ähm... Die sollen ein Advance machen. Sollen sie das? Ja, wir sollen ein Advance machen. Der... Truck... Soll ein Advance machen. Und der Major macht ein Advance. Dann dürfe ich einmal den Test für die Jungs. Das klappt. Ein Pinmarker weg. Und dann bewege ich ihn ein bisschen und dann knallt es nochmal. Der Major ist jetzt hier. Ähm... In der Nähe der Tanks. Also wenn die jemand in die Luft sprengt, ist das doof. Äh... Die Jungs sind vorgerückt und werden die Halbkette beschießen. Die mit... Das ist auch mit dem... Ja... Ähm... Was habe ich jetzt gesagt? Das sind... Vier und drei sind sieben. Und es ist bewegt Pinmarker und krieg's Deckung. Nein. Pointblank kann ich gar nicht nutzen. Weil ich in Dichter als Einzahler nach meinem LKW bin. Hm. Na. Und... Dann könntest du ja wieder kaputt schießen. Richtig. Ja. Und dann habe ich hier noch den Truck und der wird auf den Offizier schießen. Gleiches Ergebnis. Sieben. Wo hat der den Pinmarker her? Den Pinmarker? Ähm... Also hier lag noch einer. Ich weiß immer noch, er hat den. Oder habe ich den noch nicht weggenommen, weil ich ihn rumbewegt habe? Hat der ja noch einen? Nee. Nee. Ich habe hier den Test bestärkt und den Pinmarker weggenommen. Okay. Er hatte noch einen Pinmarker. Ach! Das ist die von halbem? Nee, ich hatte ihn getroffen. Ich hatte keine fünf mit irgendwas da. Mit dem Doppelsechsen. Doppelsechsen. Ah, siehst du? Doppelsechsen. Ja, alles klar. Aber ich war mir nicht sicher. Wollte... Ja, eben. Genau. Und jetzt für den Truck auch sowas wie Doppelsechsen, weil es ist ein bewegt, harte Deckung, Small Team. Eine Sechs habe ich. Nö. Hat jetzt aber auch schon wieder lange gedauert und dabei mache ich so wenig. Kübelwagen, down. Boah, jetzt kommen wir... Das ist ja nur wirklich völlig egal. So, ich habe hier jetzt ja... Ne, warte mal. Eben habe ich auch auf die Fünf. Dann hätten wir es auf die Vier drehen müssen. Ich habe ja diese Runde noch nicht geschossen. Das heißt, wenn wir mal den Mörser... Jetzt bleibt die Fünf. Wieso? Wenn du jetzt auf die Fünf triffst, dann ist es ja die Zwei. Die Verluste hat ja der Tiger gemacht. Ich habe eben letzte Runde nicht getroffen, ist die Fünf. Jetzt schieße ich wieder... Ach nee, ich werde immer auf die Fünf. Du brauchst ja zuerst die Sechs. Du musst ja erst mal... Hä? Dein Würfel-Dings. Ich habe auf die Fünf eingerauncht. Ja, aber du willst ja in deinem Würfel-Dings würfeln, nicht im Magen. Ach so, dann ja, das ist ja wieder was ganz anderes. Genau. Richtig. Beim ersten hätte sie sechs gebraucht, jetzt ist es die Fünf. Rotz. Bam! Genau, ist ein Mann drunter. Bam! Der ist tot. Der war noch nicht. Der war noch nicht, richtig. Nimm mal her, wenn die Pumpe. Maxime ist futsch. So, dann... Der Mörse hat schon. Dann nehmen wir jetzt den Sniper. Ruh! So leid mir das ja tut, ne? Aber... Ich werde wohl auf Ralf schießen müssen. Wie denn hier? Ne, auf Ralf. Das ist hier ins Giesewetter. So. Weil ein Treffer und ein Kill wäre ein Punkt. Ne, ist es ja nicht. Der eine Mann könnte ja bleiben. Aber der müsste testen. Hm, wie mache ich das denn jetzt? Der Sniper muss auf alle Fälle schießen, egal was da ist. Dann schießen wir auf die Veteranen, da wo du die vier Verluste hattest. Treffer, nix. Aber weiter abpinnen. Nächster Würfel. Dann... Bewege ich das Anti-Tank-Rifle-Team? Jawohl. Die schaffen hier einen Test. Nachdem das Maxim unfreiwillig seinen Platz geräumt hat, habe ich da jetzt Platz für das Anti-Tank-Rifle-Team. Und der wird von hier auf die Halbkette schießen. Jawohl. Bewegt. Bewegt. Hätte sich mal nicht bewegt. Hätte ich nicht schießen können. Und wäre wahrscheinlich lange Reichweite gewesen. Ja. Das ist der Stahlin. Er soll schießen. Stahlin, du Hörst. Schafft seinen Test. Uiuiui. Guck mal. Und dann kann ich schießen. Mal gucken, wohin. Also ich habe hier immer noch... Nee, darauf schieße ich nicht. Jetzt gerade. Vorhin war doch für dich das so wertvoll, dass es hingeht, rauszuschießen. Ich hatte vorhin keine besseren Ziele. War die Halbkette noch nicht da? Zum Beispiel. Ja, er hat ja seinen Test geschafft und dann wird er von hier nach da unten auf die Halbkette schießen. Und wir haben gerade eben festgestellt, es ist lange Reichweite. Und ich habe immer noch einen Pinmarker. Das bedeutet, ich brauche eine 5. Habe ich. Ja. Plus 6. Was war das jetzt? Ja, das ist schwer. Plus 6. Ja, plus 6. 6 plus... 1. 4. Ist eine 10. Ja. 2 Stück. Kaputt. Das ist ja, als wenn da was anderes zu erwarten gewesen wäre. Ja, hatten wir zwischendurch. Nein. Doch, wir haben nicht mal getroffen zwischendurch. Ja, ja, ich habe nichts anderes zu erwarten. So, der Typ ist raus. Ja. Und ich kriege den zweiten Würfel. Die hat er noch nicht. Die Dödschen, ich schuhe nochmal kurz hier. Das ist noch drei Mal. Ja, ja. So, die Dödschen. Was ist der Plan? Advanced und Halbkern. Jawohl. Nö. Ja, genau. Wieder zurück beim Mörser? Aha. Die Dödschen. Ey. Das macht man nicht so kranker Scheiß. Die Advancen trotzdem. Auch wenn die Halbkern jetzt nichts vorweggeschossen hat. Da sind ja noch zwei Würfel. Da sind die. Plus, minus. Acht, neun. Passt. Jawohl. Weil hier ist der Oberleutnant um die Ecke. Hattest du nicht beide als Oberleutnant gekauft? Nein, der eine ist der Leutnant. So. Und das ist der Oberleutnant. Deswegen ein Zug, den kleineren Zug führt der Leutnant. Und vom Hauptmann, das ist der Oberleutnant. So, das kann weg. Advancen wir. Genau. Wir müssen hier noch ein bisschen vorwärts kommen. Wir haben ja noch ein bisschen Feuerkraft hier drin stecken. Ja. Eigentlich nicht zu knapp. Ja. Du hast nicht so viele Leute verloren. Snacker. Da sind schon mal zwölf. Das heißt, ich habe hier ein Gewehr in normaler Reichweite und alle anderen nicht. Gut. Das ist das Gewehr und das Maschinengewehr. Also sechs auf die sechs. Na? Jo. Ui ja. Machen wir gleich zwei, vier, sechs. Treffer. Immerhin. Ich weiß nicht, was ich brauche. Aber eine Eins ohne. Bleib dran. Und dann habe ich noch eins, zwei, drei, drei. Das sind dann sieben. Genau. Sechs. Sechs. Schade, liebe Beine. Gut. Ich lasse den mal hier. Ich glaube, ich bin nur noch auf der Ecke. Ja, ich glaube, viel mehr hast du nicht. Ja. Aber ich habe ja auch noch was zwischendurch, sagt er. Dann werde ich mal den Artilleriebeobachter mit einem Run hier rüber schicken. Mal gucken, wo mich der hinführt. Aber du kannst den nächsten Löffel ziehen, weil er ja nicht schießen kann. Dann soll ich noch mehr machen? Dann mache ich auch Pause. Ja, der C34 wird es wieder versuchen. Gegen den Tiger. Da haben wir gesagt, eine Vier zum Treffen, wegen leichter Deckung. Ja. Habe ich. Und fünf plus... Ne, sechs plus... Ne, was habe ich jetzt? Fünf? Du hast mit der Kleinkanone nur fünf. Genau, fünf. Fünf plus... Fünf plus zwei ist nüscht, außer deinen Pinmarker. Ich habe hier einen. Mhm. Bisset zurück auf zwei. Nächster Würfel. Nochmal großen. Wie gesagt, das ist noch relativ aufgeglichen. Ich führe jetzt mit Würfeln. Sehr gut. Ich weiß nicht, wo sind wir hier noch heute? Eins, zwei, drei, vier... Ja, du hast doch noch einen Haufen... Sechs, doch doch, sechs, sieben, acht, passt. Ja, du hast noch einen Haufen Kram. Dann wird der Kommissar mit seinen beiden Leuten hier hinten die Mauer überqueren. Und sich sozusagen aus der Gefahrenzone bringen. Deutschland. So, der ist durch. Dann nehmen wir mal... Moment mal, der... Das war nicht er, der hat nichts gemacht. Die. 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 Gruppe von Jens Kiesewerther. Er? Die Handkette will mal vorfahren. Jo. Jo. Pin weg. Jetzt müssen wir mal kurz messen hier. Er fährt, keine Ahnung, du bist da vor. Zwei oder was. Dann drehe rein. Mhm. Dann fährt dann die restlichen sieben. Mhm. Dann haben die Pinmarker von denen, sonst haben die gar keine. B, C, H. So. Ja, und dann? Das ist ja das. Das ist ja der Advanced. Schießen wir uns hin. Kann ich da noch hinschießen? Ja, ne? Ja. Oder muss ich noch einen wieder zurück? Nö, ich denke mal, das reicht, ne? Ja, ich denke, geht so. Wie ist das denn? Ein Stück zurück, müsst ihr ja noch hinhauen. Guck mal. Mir geht es jetzt eigentlich darum, dass wir diese 1 Zoll Bubble um deine eigenen Leute hast. Ja, ich habe auch wieder. Das ist ja auch. Dann ist egal. Dann schieße ich halt auf das Panzerschreckteam. Panzerschreckteam. Ja, dann wäre geil. 1, 2, 3, 4, 6, Small-Team-Half-Cover, bewegt. Deutsch. Jo. 2 Offiziere hast du noch. Mhm, ich weiß. Und Panzerschreckteam. Das ist auch so ein bisschen für die Zuschauer. Ja, ja, alles gut. Alles gut. Das waren so wir. Das ist ja alles nix. Gucken wir hier mal um die Ecke um. Das ist lange Reichweite. 4 Schubs. 2, 4, Feuer. Franz. Das ist bewegt lange Reichweite. Nee, bewegt 10 nicht. Nur lange Reichweite. Das wäre einer, ja. Tatsächlich ein Treffer. Okay, hinterher. Die Rüsten. Und ich habe an diesem Ende jetzt aber nix mehr. Da bin ich nur noch Gast. Bis auf weiteres. Aber hier kann ich das Anti-Tank-Rifle-Team nehmen. Und die werden drunter gehen, ein Stückchen rüber gehen und dann gucken, ob ich in 36 bin. Die habe ich runter bewegt und mir fehlen irgendwie 2 oder 3 Zoll, ne? Ja. Na, vielleicht sind es auch 4 Zoll. Und der nächste Überflug geht an die Deutschen. Wir haben noch einen Ralf-Kunert im Gebäude und einen Tiger-Panzer. Und der Tiger-Panzer will es wissen. Das heißt, das Rohr auf den Josef Sterling und das müsst ihr hier noch hingehen. Ja, doch. Dann nehmen wir den Sniper unter Feuer. Jawohl. Womit willst du anfangen? Wie fangen wir den Sniper an? Dann ist Small Team Hardcover bewegt. Und das bewegt vielleicht lang. Na, ich glaube nicht, dass das lang ist. Das ist nicht mal lang. Das sind 28, nicht mal lang. Die Frage ist, wie viel kannst du von mir sehen? Weil ich direkt hinter der Mauer stehe. Genug? Also, weil ich halt auch von der Seite viel sehe, ist das schon eine Menge. Okay. Also, ich würde sagen, das ist über 50 Prozent, was ich sehen kann. Gut. Also, die 4. Na. Gut. Klack. Mehr Deutsche. Ich habe noch der Panzerschreckti. Ich habe auch noch einen Lück hier drin. Ja. Der könnte jetzt auch da hin und herunballern, aber die können auch alle wieder zurückballern. Ja, zumindest nächste Runde dann, ne? Wenn wir die nächste Runde haben. Haben wir. Nächste Runde ist erst Runde 8. Ralf tritt in Aktion. Ralf tritt in Aktion. Wieder 4 Schuss. Mhm. Lange Reichweite. Auf die. 2,4. Mhm. Nix. Genau. Kann natürlich auch da noch so eine Genose hinweisen. Genau. Noch, Mutter Deutschen. Ich habe hier hinten noch das Panzerschreckti. Ich habe noch das verdammte MG. Idiot. Hätte ich zuerst machen müssen, ne? Oder? Geht das noch hier so durch? Wahrscheinlich nicht mehr, ne? Jetzt ist das MG überflüssig. Nein. Du kriegst hier den Sniper und das Panzer, äh, und das Anti-Tank-Riflete. Okay, das kann ich von hier so nicht sehen. Dann ist ja kein Problem. Dann ist ja kein Problem. Dann ist ja... Der Panzer kann ja vom MG nicht. Deshalb ist das egal. Ja, dann nehmen wir das MG. Das ist ein Long-Range, Small-Team, Hardcover, bla bla bla. Ich nehme mal den Sniper. Ja, ich hätte doch den anderen Locker erreicht. Das sind 29. Sniper! Geiler Wurf. Ja, aber das Einzige, was interessiert ist, ist das hier. Genau. Ja. Ja. Pin und Tod. Pin hast du wahrscheinlich noch genug. Ja, Pin habe ich gleich hier. Steht. Ja. Oh, einer weniger. Jo, einer weniger. Jetzt kannst du den Funder auch nicht mehr sehen. Nochmal die Deutschen. Panzerschreck-Team. Kann der eigentlich auf normale Waffen wechseln? Steht, glaube ich, keine separate zusätzliche Bewaffnung bei. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Sollen wir mit der Panzerfrau und dem Panzerschreck? Wenn man da rein schießt, schwer. Sollen wir mit der Panzerfrau und dem Panzerfrau und dem Panzerfrau und dem Panzerfrau und dem Panzerfrau. Ich habe noch mehr Wöffel drin. Ich habe noch drei. Wo sind die drei denn? Okay, eins, zwei. Gut, zwei völlig irrelevante. Ein, zwei, drei. Und zwei, drei, drei. Ein, zwei. Der Mörser wird erstmal schießen. Ich bin durch. Die können nämlich nicht mehr schießen, gar nichts mehr. Das ist down. So viel habe ich auch nicht mehr. Und der bleibt auch down. Der Mörser, wir müssen erstmal gucken, ob wir innerhalb von 60 sind zu einem der Offiziere. Ja, der Mörser auf den Oberleutnant da hinten an der Rutze. Nächste Runde, die 5. Dann haben wir noch meinen Sani. Der geht nach da. Dann haben wir den Offizier da drinnen. Der geht hoch. Dann habe ich noch den Trupp. Der macht einen Run nach da drüben. Und dann habe ich noch die Unerfahrenen und die rücken einfach Richtung Missionsstil vor. So, Runde 8 beginnt. Marian hat mittlerweile 9 Sachen von mir weggeknipst. Ich mittlerweile immer noch nur 2. Nur 2? 2. Eine Halbkette und? Einen Trupp. Einen Trupp. Der runtergelaufen ist wegen Moralswert. Stimmt, mehr war nicht. Ja, und ich habe Tonnen von Leuten verloren. Hab aber immer noch 3 Missionsziele. Ja, und nun warten wir auf den ersten roten Würfel. Das ist gut. Ich fange hier an. Jo. 1, 2, 3, 5. Eins für den und der Rest für die anderen. Genau. Dann zeig mal, was du kannst. Wir machen mit ihm ein Abwarns. Die müssen auch ein machen. Die müssen nämlich noch ein Stück rechnen. Nö, ich kann auch mit. Ne, ist doof. Die sollen ja einfach nur schießen. Die gehen ein Stück rüber. Die gehen vielleicht noch ein Stück rüber. Dann kriegt hier, ich mache das nochmal genauso, ein Feuerbefehl. Mhm. Ein Feuerbefehl. Mhm. Weil wenn der sich bewegt, ist sowieso schon mal für den Arsch. Und die, nehme ich die Halbkette? Ich glaube, ich nehme die Halbkette. Ja. Und die soll einfach nur schießen. Mhm. Gut. Das schauen wir uns an. Auf alle Fälle. Bin sehr gespannt. Ich auch. Wo ist er jetzt schon mit Reserve-Truppen hier drüben links? Ja. Okay, pass mal auf. Sie fangen mit dem Trupp an? Genau. Ne, elf. Bitte. Zehn. Das reicht. Das heißt, er geht hier rüber. Und kann feuern. Machen wir gleich mal? Ja. Vier. Wenn du den Trupp da... Äh, ein bisschen kurz. Ui. Ich weiß gar nicht. Ich finde das auch ein wenig. Ich habe mir da hinten hingeliegt. Nein, oder doch? Ja, bist du. Tatsächlich. Dann, äh... Habt ihr zwei. Zwei. Drei. So, das hätten wir. Wir müssen testen. Warte. Okay. Ich will auch testen. Ja. Ja. Achso. War ich jetzt so blöd? Fünf. Bleiben. Ne, zwölf. So, das reicht. Dicke. Dann die. Ja. Ein Stückchen beiseite. Damit nämlich Panzerschreck-Team schießen kann. Damit schießen die auf den. Dann musst du weiter. Da ist die Panzerschreck selbst. Und das ist nur der Loader. Der mache ich hier in advance draus, wenn es mir dann auch egal ist. Ich kann jetzt nicht immer noch weiter irgendwo hinlaufen. Wenn ich denn diesen blöden 1 Zoll nicht einhalte, dann laufen die eben auch. So, rum. Auf wen? Auf den Scheiß-Flammenwerfer. Den will ich weghauen. Warte. Small Team. Ich gehe down. Gut. Dann ist Small Team down. Und Point Blank 5. Ne, bist... Du kannst auf mich schießen, das Unterricht. Ja, dann ist es auch noch. Ja, genau. Das sind die Vieren, ne? Ne, du musst auch down gehen, ne? Ja, dann ist es in Vieren. Small Team. Und Point Blank hebt sich auf. Bleibt down. Ja. Also Fünf. Genau. Fünf. Ja, aber ich nicht. Einer. Passt. So. Dann der. Auch wenn es dann so ist. Auf dem Panzer. Ja. Das ist dann... Bewegt, lang und in Deckung. Quatsch. Zwei. Das wäre natürlich geil. Nö. Aber dann haben wir zumindest den Einschuss. Dann nehmen wir den hier. Er ist noch in Zwölf. Mhm. Passt. Schön, den Blank. Sechs Schuss sind die, die da angelatscht kommen. Mhm. Zwei, vier, sechs. Auf die Vier. Auf die Vier. Ja, wenn es einfach wäre. Auf die Drei. Einen. Einen. Kannst du suchen, was passiert? Da sind sie wieder, glaube ich. Ne, ab der Fünf. Echt jetzt? Okay. Dann noch den Dings. Auf die Fünf. Den Panzer. Ja, genau. Pin. Und sehe ich nicht. Fünf. Wieder nur die Vier. Dann haben wir den noch. Der hat keinen Pin mehr. Ne. Zwei, vier, sechs. Auch den Ecker. Doch, zwei auch. Ja. Wegen so dicht dran. Aber ich brauche jetzt eine Sechs. Da habe ich sie. Ja, nächster Würfel raus. Ne, ist dann die Tabelle Würfel. Ne, die Sechs ist immer kaputt. Ja, dann kann der Warte rauf und dann. Oh, der LKW brennt. Die Russen. Und dann mache ich hier einen Test für den Josef Stalin. Jawohl. Down und ein Stück zurück. Die Deutschen. Dann muss ich hier drüben noch ein bisschen reagieren. Der Oberleutnant. Der soll man ein bisschen was befehlen. Also einmal er. Und 1, 2, Halbkette. Der Oberleutnant macht einen Advanced. Advanced. Die machen nur, die Handkette macht nur Feuer. Und die sollen auch rauf machen. Ja, dann setz du. Reinfolgen. Ich hole nochmal kurz den Würfeldächer. Wir nehmen zuerst den Druck. Ja. Wir müssen uns erstmal testen. Passt? Natürlich passt. Und dann rennen die hier rüber. Oh, ich muss immer den anderen sagen. Der Grüne? Das ist Sven Niederschlasser. Sven Niederschlasser. Rennt mit seinem Druck nach vorne. Um den feindlichen Offizier unter Feuer zu nehmen. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Small Team. 2, 4, 6. Hardcover Pin. Das sind 9. Hardcover. Small Team. Small Team sind es die 6. Genau. Innerhalb von... Pin und Point Blank hebt sich auf. Das sind also 2 Treffer. Genau. Passt. Das waren 9. Und ich hatte jetzt 2, 4, 1, 2, 4, 6, 12. Also noch 3 weitere. Bleibt dabei. 5. Und beide weg. So. Wir testen. Nein. Oder war das ein regulärer? Das sind reguläre. Oh, ja. Nächster Würfel raus. Die Heizkette eröffnet das Feuer. Obwohl, nee. Wahrscheinlich kann sie nicht schießen gegen ihn, ne? Idiot. Was machen? Außer ich schieße vielleicht da hin. Ja. Dann nehme ich nicht ihn, sondern die Small Team Hardcover. Ja. 6 sind nix. Dann advance in die. Testen wir. Neun. Klar. Offizier dran. 6. Das heißt, wir können hier einen reinstellen. Das ist ja der Blöde. So. Machen wir den da rein. Den hier hin. Den da. Den da. Den da. Und der nächste Truppführer kommt hier angelatscht. Und zwar fängt jetzt an der Kamera. Jens Kiesewetter. Jens Kiesewetter. Du kannst dir das immer ins Merken. Wir sollen zum Zettel gucken. Jens Kiesewetter. Ja. Nimmt den Sniper unter Feuer. Ja. Das MG Point Blank und ein links in Point Blank. Der Rest ganz normal. Da fällt mir ein, ich habe hier noch Jens Kiesewetter. Lange Reichweite. Also, zwei Schuss von Jens Kiesewetter. Was haben wir denn? Wir haben lange Reichweite, Small Team Hardcover. Das ist Doppel 6. Das haben wir für die Gewehre auch. Die haben wir bewegt. Ja. Das sind 1, 2, 3. Genau. Das ist ein Point Blank. Das ist ein Point Blank. Genau. Da haben wir Small Team Hardcover. Das ist Doppel 6. Doppel 6. Nix. Und das andere? Und das andere sind 6 auf die einfache 6. Und dann haben wir noch der Mörser wieder weg. Und dann haben wir noch den Advanced und dann ist auch der Mörser wieder weg. Vom Oberleutnant. Vom Oberleutnant. Innerhalb von Point Blank. Beide. Ja. 2, 2, 4. Ja. Small Team Hardcover. Ist die 5. Aber auch bei Black die 5. Nichts. Nichts. Deutsche. So. Was macht Ralf? Der Oberleutnant. Der Oberleutnant. Der macht ein Advanced. 6. Da ist wieder 4 Schuss. 4 Schuss. Auf das Anti Tank Rifle Team. Auf die 5. 5. 1. Bleibt. Gut. Wofür? Deutsche. Ja, Deutsche was. Was machst du? Was machst du? Die sind rüber gelaufen. Halt das MG was zu feuern. Natürlich. 2, 4, 6. Ich hab wohl leichte Deckung. Ja. Lange Reichweite. Leichte Deckung. Auf die 5. 5N. Drinbleiben. Das kann nicht wahr sein. Drinbleiben. Boah, Alter Schwede. Was ist denn hier los? Ja gut. Einer. Einer. Pin. Deutsche. Ich kann das ja schon wieder selber nicht. Ich hab das gerade am Donnerstag selber hinter mir Jens. 9 Würfel hintereinander für die verdammten Briten. Der Mörser kann nix sehen. Der Mörser ist noch eingeranged, ne? Ja, ja. Feuer. Kannst du auch hier wirfen. Ja. Trifft. 6. Da sehen wir ein paar drunter. 3, 6. 3 Einsen. Da sind 3 tot. Jo. Und eine 2 für den Pin. 2 für den Pin? Mindestens einer. Ja. Eingeranged. Die Deutschland. Das kann nicht wahr sein. Aber wenn ich dieses Spiel verliere, dann auf alle Fälle wegen Runde 8. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Hat das ein Geh schon geschossen? Nö. Das sieht ein paar von den Jungs da. Die sind doch eh unerfahren. Macht ja nix. Dann kannst du auch die direkt wegnehmen. Nö. Die haben aber zwei Pinz und die noch eine. Gut. Ich nehme die unerfahren. Aber ich würde sagen, die kriegen gleich die Deckung, weil ich nicht alle sehen kann. Du kannst genug sehen. Ja? Ja. Dann sind es 3. Drei Stück. Hier drin. Zwei. Einer. Das stimmt. Ja, ja. Zwei. Aber der weitere Pinmarker dann? Ja. Dann rennten die zwei weg. So. Hier sind auch Verluste. Immer einen Test für das Anti-Tank Rifle Team. damit ich schießen kann. Jo. Test klappt. Ähm. Und dann schieße ich auf die Halbkette. Jo. Oh, drinnen, Mann. Eine 4. Reicht. Ich bin letzter Mann. Ja. Zwei plus sechs. Volltreffer. Kaputt. Warum nicht vorher? Warum nicht vorher? Deutsche Halbketten gehen nicht kaputt, wenn sonst niemand dran ist, ne? Doch. Deutsche Halbketten auch? Ja, natürlich. Die Halbketten gehen, solange es kein Selbstwahlabfette ist. Okay. Gehen die, wenn du dichter dran bist als ich, muss ich sie wegnehmen. Dann sollen die Jungs in advance machen. Das ist eine 8. Der Major ist aber da. Weil sie haben auch kein NCO mehr. Und dann rücken wir ein kleines Stück vor und beschießen deinen Hauptmann. Oh, wir sind noch ein bisschen gegen. Ja, genau. So sieht die Situation aus, bevor ich schieße. Mal gucken, wie sie nach dem Beschuss aussieht. Na, ich hab zwei Sechsen. Du hast aber nur vier Schuss. Gut, dann machen wir das nochmal. Stimmt, da war was. Dann machen wir jetzt drei Sechsen. Dann freu ich mich. Nein. Du hast das richtige Wort benutzt. Genau. Nächster Würfel. Ich hab ja auch wohl, naja. Du hast ein bisschen mehr drin jetzt. Ja. Du hast ja auch schon alles gemacht und 12 Dutzend Sachen kaputt geschossen. Ja. Die Unerfahrenen greifen Horst an. Tun sie. Dann kämpfen wir gleichzeitig. Und ich hab ein paar Attacken. Ja. Wie viel hab ich denn da? Neun Attacken. So, hier haben wir neun Leute, die noch was werden wollen. Gegen zwei, die schon jede Menge Kram gesehen haben. Mal gucken. Also ich töte drei. Ja. Dann sind die sowieso weg. Ich kann nur noch zurück. Zwei. Ja, dann tötest zwei. Dann könnte ich vielleicht nochmal zwei töten. Und noch eins. Ich töte drei insgesamt. Jo. Wenn du die sechst, hab ich vielleicht kein NCO mehr. Ja. Nein. Das ist natürlich geil, wenn unser Horst Müller jetzt noch ... Ja, aber so haben wir ihn nur einkassiert sozusagen. Ja. So. Mal gucken. Wie viel Zoll? Sechs Zoll. Dann könnte ich ja sozusagen ins Gebäude gehen. Und wer dann am Missionsziel? Trotzdem. Ja. Bis jetzt Einheit des Spiels, wa? Wer jetzt? Deine Trottel? Ja, genau. Meine Trottel. Weiß ich was? Weiß ich was? Nur noch zwei Leute umgepustet haben? Und das Missionsziel halten. Ja, ja. Also für mich? Ja, ja. Was hat der Rest gemacht? Ja, ja. Die Deutschen sind dran. Ja, das ist ja was anderes. So. Dann machen wir folgendes. Der geht mal ... Wie geht der denn mal hin? Der muss beiden Platz machen. Und er soll eigentlich auch alle schützen. Das wird nichts mehr. Ach, doch. Geschissen. Der geht vor. Der kann kein Missionsziel halten. Das macht nichts. Gut, ich sag's nur. Darum geht's überhaupt nicht. Ich rede nur mit dir. Ja, ja. Darum geht's mir überhaupt nicht. So bin ich innerhalb von sechs überall, wo ich hin muss. Passt. Da kann ich jetzt eigentlich einen Sunny beschießen, ne? Du kannst beschießen, was du willst. Small Team harte Deckung? Mhm. Dann wäre die sechs. Ja. Und das andere ist Small Team Soft Cover, ne? Für das Panzerschreckteam. Ja. Das ist eine fünf. Ja, wir haben ein Kampfgeschütz mit der fünf. Mhm. Auf das Panzerschreckteam. Und ... Das MG geht da auch rein. Wenn's nicht Long ist, dann sind das vier Treffer. Ich glaub nicht. Neunzehn. Dann ist das nix. Dann ... Hatte der Tiger schon was gemacht, diese Runde? Nein. Der Tiger hat noch nix gemacht. Noch nix gemacht, okay. Dann ... Der Mörser hat aber schon geschossen. Ja. Deswegen ist auch ... Okay. Ja, hätte ihr auch noch von letzter Runde sein können. Weil ich bin ein bisschen ... Ne, ne. Er hat schon geschossen. Gut. Ich kann natürlich auch den nicht treffen, ne? Genau. Geht auch nicht. Ähm ... Den Trupp will ich dann trotzdem bewegen. Ja. Neun. Aber der Major ist dicht genug bei. Dann kriegst du schon mal den wieder. Und dann mach ich da ein Advance. Ja, da ist der Trupp. Ähm ... Richtig was zu beschießen hab ich nicht. Und in der Zwischenzeit hat der Marian mir schon wieder einen neuen Würfel gegeben. Und bringt mich hier richtig in ... Ins Rotieren sozusagen. Der nehm ich den leichten Mörser. Und die werden da über den Zaun hüpfen. Und werden dem Oberleutnant eine 5 cm Granate auf die Mütze nageln. Nein. Vielleicht nächstes Mal mit einer 5. Die Bewegung machen wir gleich. Zieh mal einen Würfel. Na, schon wieder ich. Vorhin beschwerst du dich, dass ich in einer Tür dran bin? Ja. Vorhin hätte das was genützt. Jetzt nicht. Jetzt schon wieder ich. Ja. Vorhin hätte das was genützt. Jetzt ist es eher so ... ... Das ist denn eher ... advanced gewesen. Hm ... dann bewegen wir den Kommissar hier so Ralf nehmen wir das jetzt nicht übel aber es geht um Sieg und Niederlage und ist jetzt einfach so der Kommissar hat es geschafft mit seinen beiden Begleitern so weit rumzulaufen dass man dich sehen kann so ein bisschen beschwertig also bei Marian bewegt und inexperienced ist die 5 Point Lang macht runter die 4 4 Treffer tot Tja was wird das denn nicht so sein den Leutnant erschossen aber ungern Ralf wirklich ungern du darfst noch einen Würfel ziehen ja ein paar sind noch deutsch ja ich habe hier gerade so eine wilde Idee wir müssen jetzt doch hier in das Fenster reinschießen können und die ja genau auf die drei da kommt rüber Treffer ja was sind das 1W6 W3 du bist ja nur so ein kleines Ding ich kann auch gucken es sind W3 für die Einzollschablone also drei hier hätten wir nur zwei Würfel ja unglaublich das ist so ein kleiner Nachteil an diesem großen Tisch und an so wenig Würfel Rumpf das sind drei Stück das sind drei Stück das sind drei Stück und dann machen wir noch einen Pin einen Pin und dann dürfen die testen stehen sie unerfahren mit zwei Pin Markern gut nächster Würfel na die Ruffen die Russen dann muss ich den Trupp nehmen und mache mit denen einen Advance stehe in den Test geht der Pin Marker weg und dann gehe ich hier rum und dann kann ich da die Truppe von Jens Kiesewetter beschießen ne das klingt jetzt erst auf ne drei von den besonderen Charaktermodellen kämpfen und haben um dieses Missionssie gekämpft ja drei ja der Leutnant und die beiden ja da hinten Horst hat aber auch ordentlich ja er hat auch nicht durchgehalten so sind nicht ähm ich glaube wir werden einfach die sechs rüber gehen und dann werden wir den anderen Leutnant beschießen so da sind die fünf und die werden versuchen den Oberleutnant eine zu verplätten habe ich drei Gewehre für dieses bewegt Long Range Small Team ne haben wir gesagt Long Range Small Team bewegt Soft Cover ne das sind sieben genau das sind sieben dann also doppel Sechsen da ist nichts und für das leichte Maschinengewehr ist es ohne lange Reichheit also die einfachen Sechsen habe ich zwei und dann habe ich mir gemerkt auch der ist Veteran einer tot und ich kann aussuchen ich weiß hätte ich gerne den Leutnant weg ja sind beide weg ist der zweite dann auch weg ist ja kein Team er hat keine Team Weapon ja ich teste mal genau Veteran minus zwei ja ja weg genau weg genau wow Nächster Löffel Nächster Löffel ja Dätschen du wirst nicht zusammen kriegen wird nicht für Short reichen aber Long Range kannst beschießen ne Long Range Hard Cover ja kommt wohl hin ja Long Range Hard Cover Kommen wir mal das sind sechs und zwölf genau zwölf überall wieder alle Würfel verteilt wie viel das sei jetzt? zehn zehn zwei vier sechs acht ja zwei zwei danach nix ja und ja glorreich nicht eine sechs Nächster Würfel nochmal die deutsche der Mörser aha das ja genau mach das mal ja was denn? ist geil guck mal woherst du sechs hinkriegen? ne na so die müssen auch noch weg hier die Verluste nochmal die Deutsch die Halbkette aha das war das Wahnsinn ja sehr gut was hat mir ausgerechnet? dreimal vorgefahren viermal zurück vorwärts ja vier und vier sind wir jetzt viermal vorgefahren viermal zurück das bedeutet aber immer noch dass du doppelt so viel Zoll nach vorne gemacht hast wie rückwärts ja aber das ist nur weil es einfacher ist vorwärts zu fahren ja so feuer long range ach ach kriegst du den Zoll? wo? an Jens Kiesewetter vorbei? ach so das ist ja auch wieder etwas wahrscheinlich nicht doch da ist der Zoll ja dann krieg ich halt Deckung ne das passt ne? ja also beschießen kannst mich aber dann hast du halt long range bewegt und Deckung brauchst dann sechsen aber dafür sterben die Jungs ja einfach doch das weiß ich noch nicht doch die sterben ja auf die drei sind ja unerfahren das weiß ich noch nicht doch die sterben ja auf die drei sind ja unerfahren ja das war mal so ein paar kleine erfolge für mich viele davon hatte ich ja nicht die russen vier gegen fünf für wen? für dich achso drei sechs neun zwölf nächster Würfel 15 russen ausgleich aber ich habe jetzt eigentlich einfach nur noch zwei Sachen die sind total tünnif der F.O. und der Kübelwagen genau mhm ach so und der ne die haben sie jetzt schon benutzt den Sani ja hm 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 das habe ich da noch nicht genommen ach hier Panzerschreckteam mhm das kann doch gleich noch vorlaufen mhm die 60 war bis Mitte von der hinteren brennenden Halbkette ne? nicht messen ich weiß das nicht mehr gut aber das kommt schon ungefähr hin hier gut Panzerschreckteam mit Mörser ok wir gucken ich will mich ärgern nein dann ist es auch egal ja dann ist es egal so viel? ne warte wir müssen dann gucken soll ich die fünf hinlegen oder nicht? ah 59 das Team noch mal noch drei drin noch drei drin ja hier nicht da drüben ist noch ja da ist noch was da ist noch was ich habe noch eine Major dann wird der Major hier rüber gehen naja selber Missionsziel dann jetzt kann der Josef Stalin ja das Missionsziel überwachen ne? oh man ey zwei Sachen habe ich noch ne? also eine jetzt noch jetzt noch zwei jetzt noch zwei jetzt noch zwei da sind zwei ja aber einen habe ich schon in der Hand ah der Offizier im Gebäude genau oh der Offizier im Gebäude ja die haben alle nur SMGs da kann mich nichts mit beschießen dann kann der da oben bleiben sich die ganze Zeit mit dem Spitzel unterhalten ja genau dann bleibt mir nur das Anti-Tank-Rifle-Team bewegen und versuchen dahin zu schießen ja genau Anti-Tank-Rifle-Team bewegt die Gruppe von Jens Kiesewetter lange Reichweite bewegt ähm Soft-Cover eine 5 dann habe ich noch einmal Down und einen Run mehr habe ich nicht Run oder Down siehste ja haben wir das ja ich habe hier zwei Downs genau dann habe ich hier einen Run hier ist der Ari Beobachter hingelaufen dann der Offizier im Gebäude geht Down und der Marian hat sich das mit dem Panzerschreck Team dieses Objective geholt der Panzer feiert nochmal er nimmt er ist es aber ziemlich frei zu sehen das denke ich auch also nur die 3 trifft das sind aber nur 8 also ein Pin reicht nicht so und dann zerlegt er den leichten Mörser den leichten Mörser das ist Small Team Soft-Cover reicht mir es kann doch echt nicht sein was kann nicht sein die Trefferwürfe alleine ja ja die sind völlig egal die bringen meistens nur einen einzigen Pinmark interessant ist aber auch einer stirbt und war mal wieder Nächste so ja das habe ich nicht mehr ich habe also nur 4 Punkte plus das was ich kaputt gemacht habe ich habe also 10 und ich habe da alleine 15 genau plus die 2 das heißt unabhängig davon ob es noch mehrere Runden gibt oder nicht kann ich nicht mehr gewinnen wollen wir das dann dabei bewenden lassen also selbst wenn wir noch eine Runde hätten ich denke mal ich würde das was hier noch kommt würde ich vielleicht noch wegschießen ich habe noch einen intakten Panzer noch eine Halbkette noch den Mörser und noch 2 gut ausgestellte Trupps ich glaube nicht dass du hier noch wieder rankommst das in der Mitte kann ich dir nicht wegnehmen und ich bräuchte auch viel zu lange um irgendwie um das blöde Gebäude rum zu kommen um dir die weg zu schießen also ich denke mal selbst wenn wir noch 2 Runden spielen wird es nur noch mehr Punkte auf irgendeiner Seite geben durch Verlust also ich kann es nicht mehr gewinnen und ich kann auch nicht mehr Richtung Unentschieden laufen weil das kann ich hier nicht mehr wegnehmen also ich könnte es vielleicht noch irgendwie umkämpfen mit furchtbar viel Glück aber das wäre es aber ich komme ja gegen die Killpoints schon nicht gegen an ja ja würde ich sagen dann danke ich dir für das Spiel nicht für alles in dem Spiel das habe ich wieder gefreut hierher zu kommen also gerade jetzt erst recht freue ich mich ja ganz ehrlich muss ganz ehrlich sagen es war habe ich dir vorhin mal ohne die Kamera ja schon gesagt ähm ich habe zwar eine Menge Leute weggeschossen von den Russen und darüber natürlich eine Menge Killpoints bekommen aber ganz ehrlich ich habe ein einziges Missionsziel mir echt hart erkämpfen müssen dafür ja da habe ich auch die meisten Verluste selber hingenommen nur um das zu bekommen und wenn man sich den ganzen Spielverlauf anguckt fetzen wir uns an der Seite und da habe ich wirklich die meiste Power gehabt und ich bin nicht mal ansatzweise an dieses Missionsziel rangekommen ja habe zwar auch viel weggeschossen, aber auch dort reicht die Zeit nicht für die Deutschen selbst mit der Power die ich da hatte um an dieses Missionsziel ranzukommen also ohne die Killpoints wären die Deutschen in diesem Spiel aufgeschmissen ja auch da hatten wir drüber gesprochen dass es im Endeffekt auch eine gewisse Belohnung dafür sein soll wenn man halt was kaputt macht es ist ja wenn wir es genau nehmen hätten wir vielleicht die Missionsziel ein bisschen mehr Punkte geben sollen vielleicht wie wir mal drüber spekuliert hatten in der Mitte 3 am Ende 4 ne aber hätte es wirklich was geändert? Nein also jetzt hier die Punkte wären ne 1-2 Punkte woanders hingegangen genau ich muss natürlich auch verdammt viele Truppen einsetzen um dementsprechend ja das für die Mitte das war jetzt so hm das war fast geschenkt aber auch nur weil du dich auf beide Flanken konzentriert hast eine Flanke konnte ich halten die anderen leider nicht ähm ja ich sag nur schwachmaten T34 da hinten ne so aber ist halt am Ende müßig ja kann man immer drüber diskutieren Anfang Runde 8 hat mir auf alle Fälle das Genick gebrochen ja da ist hier eine Menge weggepurzelt ne ähm keine Ahnung 8 Würfel in Folge oder was ne und dann auch noch bei dem Verhältnis 8 Würfel in Folge ähm ja wie will man das im Endeffekt überstehen aber für dieses Setting ist das ja ok ähm hat natürlich auch Spannung geklaut und das ist einer der Gründe für die andere Hausregel wenn wir halt mit kleinen Punkten spielen dass man sagt ok nach dem dritten Würfel in Folge kann man sagen hier schmeiß den mal wieder rein zieh mal bitte einen anderen ob es dann der richtige ist weiß man nicht das weiß man nicht ja aber auf alle Fälle erspart einem das manches ja aber das ganze Spiel fand ich trotzdem deswegen war Wahnsinn wir hatten interessante Sachen wie zum Beispiel dass die Halbkette aus Schiss wirklich immer wieder mal vor und mal zurück gefahren ist also immer nur wenn wirklich 100% safe für die Halbkette für die Besatzung war ist sie immer nach vorne gefahren und hat mal ein bisschen rumgeballert ansonsten ist sie lieber zurückgefahren und in Sicherheit auch immer zurück zum Mörser ja immer wieder zurück zum Mörser hat sich wahrscheinlich mit denen kurz Bier hingetrungen und dann sind sie wieder nach vorne gefahren Tiger war cool der eine der hier vorne ja den fand ich sehr cool er ist gut vorgefahren ich habe ihn versucht auch immer irgendwie so ein bisschen in Deckung zu halten das hat ganz gut geklappt von daher war er ständig eine Bedrohung hat auch relativ gut durch die Gegend geschossen hat ein bisschen was kaputt gemacht er ist auf dem Spielfeld und würde weiter bedrohen wenn wir hier natürlich noch ein paar Runden spielen ja ich glaube da habe ich nachher auch kein Tiger 4 mehr getestet das haben wir da hinten an dem Ende vergessen ja das hätten wir da tatsächlich noch machen müssen das wäre ja innerhalb von genau gewesen diesmal der andere Tiger hat in dem Fall durchgehalten aber ist halt so wenn ein Pinmarker drauf liegt ist das Treffen schwieriger ja gut schöner so als wenn sie halt immer bei einem Schuss schon direkt weg platzen ja auf alle Fälle naja aber dann danke ich euch fürs Zuschauen wenn ich es bis hierher geschafft habe was ich ja hoffe dem Marian danke ich ganz besonders dafür dass das die weite Reise wieder auf sich genommen hat hier zu mir und ja ich denke es hat sich gelohnt für den Tisch geile Armee von dir natürlich wieder richtig schön deine Panzergrenadiere aufs Feld führen können mit allen vier Halbketten fünf Halbketten diesmal du konntest ja diesmal richtig auffahren ja zwei habe ich noch ja sehr gut aber das sind selbstwahlhaft dann muss ich schon wieder an den Zügen arbeiten ja ja mal gucken vielleicht machen wir nochmal eine Platte zu ran weißt du so ein bisschen größer natürlich ich fand es am Anfang auch geil dass man außerhalb der Waffenreichweite agieren konnte ja ohne dass man immer gleich geschossen wird man konnte sich erstmal in Positionen bringen man konnte wirklich sich ein bisschen kleine Taktik überlegen ein bisschen auf den Gegner reagieren bevor ein richtiger Schusswechsel stattfindet ja ich meine außer der Waffenreichweite von Maschinengewehren oder Gewehren schafft man auch auf einem normalen Bolt Action Tisch manchmal aber wenn man ja tatsächlich außerhalb von Mörserreichweite ne die ganzen Gebäude die den Tiger oder auch dem Josef Stalin die Sicht blockiert haben da war ja jede Menge oh kann man da überhaupt durchgucken und oh was gibt es hier noch für eine Überraschung ja genau das fand ich schon sehr sehr cool und das muss auf alle Fälle auf einem noch größeren Tisch noch einen Tick geiler werden aber dann müssen wir gucken wie wir das dann dort mit Missionsziel machen ja weil ja war auf alle Fälle ein wahnsinnig interessantes spannendes Spiel und ja ich hoffe ihr hattet ein bisschen Spaß macht's gut und bis zum nächsten Mal tschüss 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 Untertitelung. BR 2018